Hi! Penis sagt es einfach. Hey, was ist denn da los? So, wir werden jetzt nochmal in einen anderen Bunker gucken. Mal gucken, ob wir den finden. Soll ein Regenbunker sein. Wird interessant. Bleibt spannend. Nach dem Intro geht es weiter. Bis gleich. Ja, wieder durch den Wald. Wie immer. Oh, da sind es auf jeden Fall schon mal Civilisationshäuser. Dominik, ich wollte mal Fußball spielen. Ein bisschen austreten. Oha. Und? Oha. 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 Ah, spinne wie... Puh, puh, puh. Ich bin zu groß. Also, ich hab da hinten halt schon eh einen Eingang gesehen. Aber das war so ein Kriecheingang. Oha. Ich kann nicht, ob man das so richtig sieht auf dem Video. Es geht. Uh, was ist denn das? Ey, ganz ehrlich. Das ist ja der Ding sieht ja... Das ist ja jeder Blinde mit Rückstock, wenn du in den Gedanken läufst. Das ist ja krass. Da sind wir durch. Den hast du jetzt nicht? Den hast du nicht gefunden? Den haben Eck und Tobien damals davon, ja. Und da soll ich durchpassen? Tobi hat durchgepasst. Ich fühle mich. Das ist mir egal. Tobi hat durchgepasst. Ach du... Ach du Scheiße. Da musst du aufpassen. Da ist es aber nicht weiter. Dann musst du da hinten... Dann da hinten, wo du bist. Auf der linken Seite steht eine Leiter. Da musst du ein Stückchen runter und da steht eine Leiter da. Oh, fein. Äh, okay. Wir werden uns mal rindrängeln. Nein, sie hat nicht dran den Naschteil. Jetzt kannst du den Film wieder rindkriecht. Ja. Soll ich drinnen? Soll ich drinnen? Was denn? Alter, guck mal. Ihr könnt ihn übelst geil sehen. So, andersrum. Ja, warte, warte. Ja, komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, voilà. Und... Drinnen ist er. Wunderbar. Wie gesagt, rechte Seite. Rechte Seite ist die Leiter. Rechte Seite ist die Leiter. Wenn sie auch ein Barsch ist. Ah, halt, 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 halt. Dominik. Ja. Check it. Check it. Da gibt es jetzt eine Frage. Wie ist der Hubsack genug? Also hier ist Leiter. Aber hier geht's nicht runter. Also hier geht's runter. Aber da ist die Tür, da gibt's eh ein Räumchen. Ach so. Kannst du mal runter. Da ist noch so ein Alter. Wenn der ist, dann... Wie ist denn der mit den Kalister? Der ist denn? Ach, ich geh mir erstmal nicht der Tür rum. Du musst doch mal kurz... Naja, dann gehst du ja runter runter, ne? Wuhu, 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 wuhu. Kann man hier einmal rund rumlaufen? Äh, ist noch nicht ein Bucker. Können wir da runter gehen und dann hier immer rumlaufen? Oder andersrum? Nee, ja, ey. Tritt mal lieber hoch mit dem Sitz. Setz dich mal bitte hin. Setz dich mal richtig mit dem Arsch hin. Nee, nee, warte, 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 warte. Oh! Schaltschild, ne? Ja. Aber der ist vom 11.04.1950, oder sollte man 50 sein? Nein, 50. Geht das? Ja, ich sag dir was auch. Ja, ich schaue die Ländischen. Wuhu, wuhu, wuhu. So, kannst du mir die Kamera bitte aufnehmen? Ja, das ist doch. Das ist bestimmt. Arbeck. Arbeck. So. Jetzt könnt ihr noch hier zugucken. Alter, das war laut. Kann ich dir Blende oder so? Ja, 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 ja. Sehr gut. Ich spielst du mal wieder weiter runter. Ja. Oder so. Ja. 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 uhrl fixing grade gesagt, Achtung... A男ser incorporated captor das! SO, ich übergeb euch! Hüżyh! Hasst du Taschenlampe?! Äh, jo. Gut. Ohmai Goh! Spettorf, alter. Spettometer, spettometer! Schaut doch. Boah, guck dir, wie ich spille an, Alter. Ui! So. So. Aber hier war irgendwas. Guck mal, was ist denn da? Ah, eine Flasche. Ein Flaschenhals. Flaschenhals. Alter, ja, da wird man. Aber mal ganz ehrlich, wenn das Ding hier einfach, wo es rumgeht, verstehe ich nicht, was ist hinter den Wänden? Naja, vor allem ist es ja auch ein großer Einfragen. Ja. Ah, hier geht's in den... Ah, hier geht's drin. Das ist das, was ich nämlich meinte. Hier muss es ja irgendwie... Das ist ja noch, Leute. Da drehe ich gleich im Kreis. Okay. Für was sind denn so in der Regenbunker gewesen? Ja, keine Ahnung. Da war doch etwas. Ich glaube, was ich gehört. Haha. Nicht, dass hier irgendein Tier ist oder so. Ja. Ich fühl mich verfolgt, Junge. Aber hier ist ein leichter Anstieg oder sowas, ne? Oh, guck mal, hier geht's hoch. Ging's hoch. Entschuldigung. Oh mein Gott, wie ist das so witzig? 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 Das ist das so witzig? Oh, komisch. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Guck mal, da ruf, dann da ruf, dann da ruf. Aber du weißt schon, was voll weit entfernt ist. Warte, was? Dass das voll weit entfernt ist. Also ihr könnt lieber die Leiternirn entfernen. Ja, auf jeden Fall ist es einfacher. Sag ich ja. Na gut, wir gehen ja mal wieder eine Runde rum. So, wir sind wieder angekommen. Ja! Wir werden ja mal hochklettern. Ja! Ich würde unbedingt mir jetzt so in die Fresse leuchten, tut mir leid. Ja! Jetzt kann ich mir anleuchten. Hallo! So meine Freunde der Sonne. Ja, das nächste Video oder das alte Video irgendwo da oder da oder ich habe keine Ahnung. Oder unten. Oder halt lässt sich den Kanal abonnieren. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Unsere kleine Bunker-Session für heute ist jetzt vorbei. Ähm, glaube ich. Ja, ja, nur her oder weniger, ja. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und mal einen Kommentar lassen. Schreibt doch mal runter, was ihr als nächstes sehen wollt. Wir haben noch ein paar Videos so, ja, so ein bisschen noch im Kalkül. Vielleicht habt ihr ja Bock auf irgendwas Speziales. Vielleicht haben wir ja was. Und ja, es werden auch nochmal interessante Objekte kommen. Definitiv. Oh ja. Wir haben ja noch ein, zwei Sachen. Ja, muy bien. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020